Als Speaker haben wir Carolin Mürk. Sie werden uns davon erzählen, wie sie die Grenzzone zwischen Nord- und Südkorea gehackt haben. Carolin ist franco-koreanisch und eine Künstlerin aus London und Anthropologin aus London. Und Sung ist ein koreanischer Künstler, der 2006 seinen Kunstabschluss gemacht hat. Und ich freue mich, euch hier vorzustellen und gleich euren Talk zu hören. Vielen, vielen Dank und danke, dass ihr hier teilnehmt. Ich bin Carolin. Ich bin gerade in Paris. Mein Song ist in Seoul. Und ja, wir freuen uns, euch diesen Talk jetzt vorstellen zu können oder diesen Vortrag. Also, es geht um Hacking in einem künstlerischen Weg oder auf künstlerische Art. Und da müssen wir euch ein wenig über die koreanische Kultur erzählen. Also, ein wenig darüber erzählen, was in Korea so passiert. Und als Anthropologin studiere ich Menschen und wie sie sich verhalten. Wie sie denken, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Und als Künstlerin versuche ich meine Vision durch verschiedene künstlerische Medien auszudrücken mit Kreativität. Und in 2012 war ich erstmals in der Grenzzone und ein paar Jahre später hatte ich die Chance, also 2013 hatte ich die Chance, der Berliner Mauer zu bemalen. Und was ich hier zeigen wollte, war die Tatsache, dass Korea und Deutschland eine ähnliche Geschichte haben. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg. Und auf die Mauer habe ich zwei Gesichte gemalt. Das eine ist eine koreanische Maske. Diese Art von Maske wird während Theaterstück-Aufführungen verwendet. Und dieses Theater hatte die Hauptaufgabe oder hat die Hauptaufgabe, die kritierende Klasse zu kritisieren. So, und hier sieht man, wie ich nachts die Mauer bemale. Und jemand meinte, ah, das ist anonymous, das Gesicht. Nein, das ist eine koreanische Maske. Und am nächsten Tag bin ich hingegangen und wollte mein Graffiti sehen, ob es noch da ist. Und es war immer noch da. Und das hat mich sehr gefreut. Und Leute haben Fotos gemacht. Also das war meine Vision DMZ, also der DMZ, der Grenzzone. Und ja, Song, erzähl uns doch ein bisschen was über dich. Hallo, ich bin Song, ein visueller Künstler oder ein Grafikkünstler. Ich lebe hauptsächlich im Zoo. Und in meiner Kunst konzentriere ich mich darauf, Daten zu sammeln. Zum Beispiel kann man jetzt hier sehen, habe ich eine Pflanze aufgezogen und Sensoren benutzt, um Daten zu sammeln. Und dann geht diese Information, gehen diese Daten in ein Computer. Wir geben eine 3D-Skulptur oder eine 3D-Form. Dann mache ich so eine Skulptur daraus, eine 3D-Skulptur. Digital. Also, im Grunde ist das der Kern meiner Arbeit. Ich habe auch verschiedene Techniken verwendet. Zum Beispiel konnten hier Zuschauer die Bewegung des Roboters kontrollieren. Oder ein Künstler, ein Performer konnte diese Skulptur als Werkzeug verwenden. Ja, diese Technik, die ich verwende, die stützt sich vor allen Dingen auf die Animationen. Und diese Bewegung des Publikums spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Und ich habe mich auch damit beschäftigt. Wenn ich experimentiere damit, mit VR-Brillen das Ganze sich anzuschauen. Und ich habe auch angefangen, Live-Performances darauf aufzubauen, inklusive Ton, Toneffekten und das Ganze zu integrieren, sodass sich die Animationen und die Töne dynamisch ändern. Die, ihr könnt unter dieser URL, könnt ihr mehr Informationen finden und euch auch Videos anschauen. Und ihr könnt mich natürlich auch per E-Mail kontaktieren. Und es gibt eine Dokumentation in diesem YouTube-Video. Caroline? Ja, also das Hacken der DMZ. Wenn ihr in der Informationssicherheit arbeitet, dann kennt ihr vielleicht diese Form von DMZ, die euer Netzwerk schützt. Und woher kommt dieser Begriff? Das basiert tatsächlich auf der Situation in Korea. Die demilitarisierte Zone wurde in 1953 eingerichtet. Und wie ihr hier auf der Karte sehen könnt, überspannt die DMZ die gesamte Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Und an der Grenze gibt es den Ort Panmunjom. Und dort finden alle offiziellen Gespräche zwischen den beiden Staaten statt. Und auch wenn weitere Parteien wie die UN oder die Vereinigten Staaten dazukommen, findet das dort statt. Und dementsprechend kann man da sehr viele Flaggen sehen. Die Flaggen von Nordkorea und Südkorea natürlich. Die Flagge der UN und die amerikanische Flagge. Es ist also ein sehr internationaler Ort. Und weil es erbaut wurde nach einem internationalen Konflikt. Das war tatsächlich ein Schlachtfeld. Der Kampf zwischen den Kommunisten im Norden und den Kapitalisten im Süden. Und im Archiv der DMZ habe ich Materialien gefunden, die ich verwenden möchte, um meine Gefühle über diesen schrecklichen Ort auszudrücken. Und ich wollte ausdrücken, was ich fühle, was ich denke. Es ist ein fester Ort. Und jetzt ist es... Was ist die DMZ heute? Heute ist die DMZ mehr so ein bisschen so eine Art Disneyland. Das Militär hat das Ganze in ein Disneyland verwandelt. Man kann da hinreisen und man kann Selfies machen. Man kann nordkoreanischen Wein dort kaufen. Und die Fremdenführer erzählen alle dieselbe Geschichte. Man hört also viel Propaganda. Sowohl wenn man auf der südkoreanischen Seite ist, als auch wenn man auf der nordkoreanischen Seite ist. Je nachdem hört man dann unterschiedliche Propaganda. Aber es ist sehr interessant, diesen Ort sich anzuschauen. Weil es gibt natürlich Merch und Goodies über die Grenze, die man kaufen kann. Das andere was sehr interessant ist, was wissenschaftlich sehr interessant ist, es gibt eine ganz besondere Diversität in diesem vier Kilometer breiten Streifen. Das ist wirklich ein Niemandsland. Die Vegetation, die Pflanzen, die Tiere haben diesen Bereich zu ihrer Heimat gemacht. Und angeblich gibt es dort sogar sibirische Tiger. Also gibt es viele Wissenschaftler, die dahin reisen, um genau das zu beobachten. Die Pflanzen, die Tiere. Und die südkoreanische Regierung hat die UN darum gebeten, um die DMZ zu einer Weltkulturerbe zu erheben. Und wir möchten das nutzen für eine Kunstinstallation. Wir rufen also alle Künstler auf, die sich für dieses Thema interessieren, etwas Schönes zu entwickeln und dazu beizutragen, echten Frieden in Korea zu erreichen. Im Moment gibt es nur einen Waffenstillstand und der wird im Moment von den USA überwacht. Magst du uns ein bisschen was über die Pflanzen erzählen, die du an der DMZ eingesammelt hast? Ja, gerne. Bevor ich über das Projekt an der DMZ rede, möchte ich ein bisschen was erklären, von der grundlegenden Idee ein bisschen erzählen. Das Projekt heißt Prometheus String-Projekt. Es gibt einen sehr grundlegenden Prozess. Wir nehmen Daten auf von lebenden Wesen. Wir refraktieren die Daten. Zum Beispiel, wenn Licht durch ein Prisma fällt, dann sieht man auf der anderen Seite einen Regenbogen. Und ein ähnliches Prinzip wende ich auf die Daten an. Und also die Daten fließen durch dieses virtuelle Prisma und daraus ergibt sich eine komplett andere visuelle oder Animationsdarstellung. Und hier gibt es ein bisschen mehr Details, wie dieser Prozess funktioniert. Und in der ersten Version haben wir uns mit Pflanzen beschäftigt. Es gibt Sensoren, Temperatur, Feuchtigkeit, Ton aus der Umgebung der Pflanze. Und die Skulptur, ihre Form, die Details werden daraus erzeugt. Und die Position, also Höhe und Breite wird davon auch beeinflusst. Und diese Form wird davon beeinflusst. Auf der linken Seite kann man sehen, wie die Daten in den Computer einfließen. Und diese Zahlen beeinflussen, verändern die Form alle 30 Minuten. Und auf der rechten Seite sieht man, wie die Sensoren die Pflanzen wahrnehmen. Und das dritte Bild zeigt die Konfiguration für den 3D-Drucker. Dieses Projekt hat sich seit 2016 entwickelt. Und ich habe es in 2016 begonnen. Und jetzt nach fünf Jahren bin ich in der siebten Version des Projekts. und in dieser Evolution habe ich verschiedene Techniken hinzugefügt. Robotik, audiovisuelle Form, Performance. Und ich habe mich bemüht, das mit sozialen Aspekten zu verbinden. Und was ich mit meinem Werk erreichen möchte, ich möchte da nicht nur bestimmte technische Aspekte vorführen oder wissenschaftliche Aspekte beleuchten. Ich möchte, dass mein künstlerisches Werk den Ort, an dem ich lebe, reflektiert. In der dritten Version habe ich mich bemüht, das Werk in Verbindung zu setzen mit sozialen Themen. Und die Stadt Gwangju war Szene eines Aufstands 1980. Und das wollte ich in meine Arbeit integrieren. So in 2018 habe ich diese Idee und die Idee, über die DMZ zu sprechen, angefangen zu integrieren. Und es ging darum, die beiden Präsidenten, nämlich die von Nord- und Südkorea, deren Treffen zu integrieren oder darauf aufbauend die Idee zu entwickeln, Pflanzen aus der DMZ zu entwickeln und das in meiner Arbeit zu verwenden. So, dann möchte ich jetzt ein bisschen mehr davon erzählen, wie ich das Projekt beenden möchte. Man sieht hier die DMZ-Zone und da ist Panmunjong. Das wurde ja auf Polen schon erklärt. Und die Bilder sind sehr klein, aber man kann trotzdem noch sehen, dass hier die zwei koreanischen Präsidenten sich die Hand reichten. Und das war 2018. Und meine Arbeit wird in Seoul sein. Also, das war in 2018. Da habe ich eine Skulptur hergestellt. Und das ist 58 Kilometer von Panmunjong entfernt. Und 58 Kilometer, also die gleiche Entfernung, auf der anderen Seite ist ein Bahnhof. Und ich hatte diese Idee, dass ich mein Projekt dadurch beenden könnte, dass ich meine Skulptur in diesem Bahnhof oder bei diesem Bahnhof installiere. Aber in diese DMZ-Zone, also in die DMZ zu kommen, die Zone oder gar in Nordkorea, das ist für mich gerade unmöglich. Also, ich hoffe, dass ich eines Tages meine Arbeit dort in Nordkorea installieren kann. So, das war jetzt eine kurze Erklärung meines Projekts. Ja, das wäre definitiv der beste Ort für diese Installation. Du hast davon geredet, diese Bahnhof, dass da ein Bahnhof ist. Und ja, auch in der DMZ ist ein Bahnhof, der ein Geisterbahnhof ist. 2002 kam George Bush und hat diesen Bahnhof besucht. Und er hat etwas sehr berühmtes gesagt. Er hat gesagt, dass Nordkorea die Achse des Bösen ist. Er hat nicht mehr wirklich geplant, auf eine Vereinigung hinzuarbeiten. Aber dieser Bahnhof ist von strategischer Bedeutung. Und jetzt reden sie, ist die Rede davon, eine Zugverbindung zwischen den zwei Ländern herzustellen. Also, Nordkorea ist sehr isoliert vom Rest Asiens. Südkorea ist sehr isoliert vom Rest Asiens. Man kann eigentlich nur über den Meerweg oder über Flugzeuge Südkorea erreichen. Und was wäre jetzt, wenn es eine Zugverbindung zwischen Nord- und Südkorea gäbe? Also, man sieht hier auf diesem Bild George Bush und rechts auf dem gleichen Bild sieht man den ehemaligen südkoreanischen Präsidenten. Und das ist jetzt schon einige Jahre her, 19 Jahre her. Und wir haben versucht, wieder eine Verbindung herzustellen, eine Zugverbindung. Die ist immer noch unterbrochen. Aber nach 19 Jahren, also jetzt ist Jahr 2021, was ist passiert? Ehrlich gesagt, nichts. Also, es gibt politische Gründe, dass da nichts passiert. Aber hoffentlich, weil die Politik in der letzten Zeit sich etwas gewandelt hat zwischen den zwei Koreas, können die Gespräche wieder anfangen, diese Zugverbindung wieder zu verbinden. Aber wenn es wirklich passiert, dann kann man hier rechts eine Karte sehen. Das sieht man von Europa bis entferntes Ende Asiens. Kann alles verbunden sein. Mit dem Zug. An Land. Wir können alles übersenden, was wir wollen. Das wäre natürlich viel günstiger und für die Umwelt wäre es viel besser. Es würde viel weniger Ressourcen und Treibstoff verbrauchen. Also, es wäre sehr gut. Nicht nur politisch, sondern ökonomisch, ökologisch. Es gibt viele Gründe, warum das ein sehr bedeutsames Ereignis ist. Okay, danke. So, ja, das nächste Bild. Und jetzt stellt euch mal vor, all diese Züge, wenn diese verbunden sind, das ist ein großes Ding. Aber jetzt müssen wir ein bisschen über koreanische Stereotypen reden. Warum, wo sie herkommen, warum sie da sind. Und es gibt viele Stereotypen im Westen über Nord- und Südkorea. Und das kommt natürlich von der westlichen Presse. Und man hört natürlich alles oder alle Informationen ist durch die amerikanische, US-amerikanische Perspektive getrübt. Und natürlich steckt da immer ein Körnchen Wahrheit drin. Aber ich möchte ein bisschen mehr erklären, was hinter diesen Memes steckt. Also wir wissen, dass es in Nordkorea Hacker gibt. Und US-amerikanische Sicherheitsforscher oder Security-Forscher wurden angegriffen. Und dann gibt es natürlich K-Pop von Südkorea und Gaming in Südkorea. Aber es gibt noch mehr. Dahinter steckt natürlich auch Politik. Und so möchte ich jetzt ein bisschen erklären, was dahinter steckt. Man muss wissen, dass die USA sehr viel Macht über Korea ausüben. Hier sieht man den ehemaligen Präsidenten Trump, Kim Jong-un, und den südkoreanischen Präsidenten. Also, Sang, bitte erzähl uns etwas über diese Bilder. Ja, ich erinnere mich, das war 2018. Nicht direkt, aber nachdem die olympischen Winterspiele in Pyongyang stattfanden, gab es dieses Treffen zwischen den zwei Führern der Koreas. Und sie haben zugestimmt, also nur Süd- und Nordkorea, haben sie beide zugestimmt, dass der Krieg enden sollte. Weil in Südkorea haben wir immer noch einen Kriegszustand. Aber das ist eigentlich nur für die Umfragewerte. Und das ist der Grund, warum jetzt diese Grenze immer noch so stark militarisiert ist. Und warum es unmöglich ist, einfach über die Grenze zu reisen zwischen den Ländern, also nach Nordkorea oder nach Südkorea. Und 2018 haben zwei Länder versucht, diesen Krieg zu beenden. Aber leider muss der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zustimmen. Also diesen Vertrag oder diese Friedenserklärung kann man nicht einfach unterschreiben. Und Trump hat entschieden, ein paar Schritte in diese Richtung zu gehen. Aber direkt vor dem Treffen in Singapur hat er einfach seine Meinung geändert. Und sie konnten das Papier nicht unterzeichnen. Und Nordkorea hatte den Plan, die Türen zur Welt zu öffnen und ihr Militär von dieser Grenze zurückzuziehen. Aber das konnten wir nicht machen, weil der Präsident der USA einfach seine Meinung geändert hat. Das ist, was da passiert ist. Das ist, was da passiert ist. 2018. So, jetzt habt ihr gesehen, wir brauchen nur eine Unterschrift des US-Präsidenten, um Frieden in Korea zu haben. Die Frage ist jetzt, wird Biden unterschreiben? Wir wissen es nicht. Wir würden uns natürlich freuen, aber wir wissen es nicht. So, jetzt haben wir über das Militär von Nordkorea geredet. Kannst du uns ein bisschen was davon erzählen, wie die Strategie vor jeder politischen Wahl in Südkorea ist? Wie die Raketen, also Nordkorea schickt Raketen vor jeder Wahl in Südkorea. Kannst du uns da ein bisschen mehr davon erzählen? Ja, es ist fast schon eine jährliche Tradition. Es ist albern, aber ja, also für Südkorea, aber mehr noch für die alte Generation, ist der Hauptfeind immer noch Kommunisten und die kommunistische Regierung. Und das wird sehr gerne für Politik benutzt. Und immer kurz bevor wichtige Wahlen sind, also Präsidentenwahlen zum Beispiel, rufen sie die Regierung in Nordkorea an und Nordkorea startet kurz darauf experimentelle Raketen und testet wieder, macht einen Raketenstart. Und die meisten Menschen in Südkorea wissen das, aber es funktioniert immer noch. Also die ältere Generation, die lässt sich davon noch beeinflussen. Und sogar jetzt, einige Tage vor der Wahl, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder vor zwei Wochen, war da wieder ein Raketenstart in Nordkorea. Also es ist ein bisschen wie Feuerwerk. Ja, und das funktioniert immer noch. Ja, so jetzt Südkorea. Wir wissen natürlich, diese Projekte mit Fusionsreaktoren. Ich wusste selber gar nicht, dass Südkorea eine künstliche Sonne herstellen will. Das könnte ja vielleicht mit dem Klimawandel helfen. Ja, ich wusste davon aus den Zeitungen und ich habe ein bisschen darüber gelesen. Also, koreanische Wissenschaftler haben diese künstliche Sonne erschaffen. Für etwa 20 Sekunden, das ist das erste Mal weltweit, dass eine künstliche Sonne so lange gehalten hat. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die neue Energieversorgung, weil Atomkraftwerke, die erzeugen sehr viel Müll, radioaktiven Müll. Und das ist sehr gefährlich. Also, sie können explodieren und ja, es ist einfach sehr gefährlich. Aber diese Fusionsreaktoren, eine künstliche Sonne, mit dieser Technologie fällt kein gefährlicher Müll an, kein gefährlicher Atommüll. Und das kann eine sehr gute Chance sein, endlich saubere Energie zu haben. Ja, das ist auch super. Und Südkorea ist natürlich sehr daran interessiert, Biodiversität zu bewahren. Und das sieht man ja auch daran, wie sie das in der Grenzzone mit ihrer einzigartigen biologischen Landschaft. Die Regierung hat darum gebeten, dass es zum Kulturerbe erklärt wird und das geschützt wird. Und jetzt am Osterwochenende, jeden 5. April wird in Südkorea ein Event abgehalten, das heißt Jingmogil. Es ist eine ökologische Bewegung und kannst du uns davon ein bisschen mehr erzählen? Worum geht das eigentlich? Ja, es ist eigentlich nur ein Pflanztag. Also, man geht raus und pflanzt etwas. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, da gab es in der Schule einfach eine Wanderung in die Berge und man hat Bäume gepflanzt. Und die koreanische Regierung hilft auch der Mongolei, weil in der Mongolei sich die Wüste immer weiter ausbreitet. Und das beeinflusst natürlich den Wind oder das Wetter auch in Korea. Also der Wind nimmt Sand auf in der Mongolei und transportiert es auch nach Südkorea. Und deswegen ist es auch im Interesse Südkoreas, da Bäume anzupflanzen. Also, Jingmongil wurde nach dem koreanischen Krieg ein nationaler Feiertag in Südkorea, weil es nicht mehr genug Bäume in den Bergen gab. Also, haben Sie die Bevölkerung darum gebeten, teilzunehmen in dieser nationalen Anstrengung, wieder Bäume anzupflanzen? Und jetzt haben wir da wieder einen Wald. Ja, als das koreanische Volk diesen Feiertag begann, als Sie die alten Bilder gesehen haben, wie die Landschaft einmal aussah, zum Beispiel am Ende der Chosin-Dynastie, da waren die gesamten Bäume entwaldet. Es war noch ein bisschen hügelig, aber man konnte die Erde sehen, keine Bäume. Und jetzt ist diese gesamte Landschaft mit Bäumen bedeckt. Und jetzt reden wir sogar ein bisschen davon... Nein, wir reden ein bisschen weniger über den Pflanztag, weil wir jetzt genug Bäume haben. Und ja, die Leute gehen sehr gerne wandern. Ja, vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Wenn Ihr unserer Kunstbewegung beitreten wollt, dann würden wir sehr gerne von Euch hören. Ihr könnt uns schreiben, entweder mir oder auf Sank. Wir geben Euch sehr gerne weitere Informationen über unser Land. Und ja, wir freuen uns jetzt Eure Fragen zu hören. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag oder für die Präsentation. So, Informationen für die Leute im Stream. Wenn Ihr Fragen habt, dann könnt Ihr das gerne ins Pad schreiben. Der Link ist auf der Seite für den Vortrag. Es ist ein bisschen versteckt zwischen den beiden... Zwischen den Informationen über die beiden Sprecher. Aber da ist ein Fragenpferch. Da ist ein Link. So, erste Frage. So, vielleicht... Hat einer von Euch oder habt Ihr schon mal die Grenze übertreten? Nein. Nein, nein. Ich habe meinen Militärdienst... Mein Militärdienst dauerte drei Jahre. Und ich habe ein wenig militärisches Training in der Grenzzone gehabt. Aber nein, das ist absolut verboten. Es ist gesichert mit sehr, sehr viel Militärpersonal. Es ist sehr, sehr schwer, die Grenze zu übertreten. Aber als Tourist hat man da bessere Chancen. Es ist möglich. Ja, ich habe die Grenze noch nicht übertreten. Ich hoffe, dass ich es eines Tages machen werde. Ja, aber interessant, also kürzlich, nur letztes Jahr, hat Kim Jong-Un, der nordkoreanische Führer, erwähnt. Und das war das erste Mal, dass ein nordkoreanischer Führer das gesagt hat, dass er Südkoreaner liebt. Er hat gesagt, liebt. Das heißt, er hat schon den Willen, Nordkorea zu öffnen. Wir reden jetzt noch nicht davon, die beiden Koreas wieder zu vereinigen. Aber vielleicht können wir wenigstens den Krieg beenden und die Grenze öffnen. Und alles, was wir brauchen, ist die Unterschrift des US-amerikanischen Präsidenten. Okay. Let's see. Okay. Nächste Frage. Es ist eine längere Frage. Ich hoffe, ich kann sie komplett wiedergeben. Wie können wir erklären, wie die westlichen Medien die DMZ unterschiedlich darstellen, also im Vergleich zu koreanischen DMZ oder Gangwa? Oder wie Gangwa die DMZ darstellt. Können wir die Frage nochmal hören? Wie können wir erklären, dass es einen Unterschied gibt zwischen der westlichen Medienperspektive, der Fokus auf die DMZ und dem Gangwa Friedens-Observatorium, wo die Koreaner ihre Wünsche für Frieden hinsenden? Ja, also die DMZ oder die Zukunft dieser Grenzzone. Zwei Regierungen hatten den Plan, diese Grenzzone so zu bewahren, wie sie jetzt ist. Und sie wollten versuchen, das Ganze touristisch zu erschließen und natürlich wissenschaftlich zu erschließen. Aber minimal. Also, es sollte erschlossen werden, aber minimal. größtenteils bewahrt. Forscher von vielen Ländern kommen in diese Grenzzone, um Forschung zu betreiben. Das ist jetzt schon so. Aber ich denke, dass diese Grenzzone in westlichen Ländern noch nicht so bekannt ist. Ja, ich denke, die Frage zielte mehr darauf ab, wo der Unterschied ist zwischen Koreanern, also du als Südkoreaner hast natürlich eine südkoreanische Perspektive, und wie die westlichen Medien das Ganze sehen. Also ich weiß natürlich, dass die DMZ existiert, und durch diesen Talk und den Vortrag habe ich sehr viel gelernt. Aber wie ist die koreanische Perspektive vielleicht anders als die westliche? Ja, ich denke, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, dass dieses Stück Land jetzt seit über 60 Jahren unberührt war. Und wir sagen absolut oft, dass wir da nichts machen wollen. Das ist die Hauptidee. Das ist der Plan. Also die südkoreanische Regierung möchte das so bewahren für die Zukunft. Also da werden viele Forscher hinkommen, Biologen und andere Wissenschaftler, die werden sich das sehr gerne anschauen wollen, wenn wir es schaffen, den Krieg zu beenden. Und wichtig ist auch zu wissen, dass diese Grenzzonen von der UN und von den USA kontrolliert werden. Und wir sehen natürlich auch die Perspektive der westlichen Kräfte, die hier auch regieren. Ja, das komische ist, dass wenn die südkoreanische Regierung oder irgendeine Privatfirma hier Unterstützung mit Material oder Essen für Nordkorea zur Verfügung stellen wollen, dann brauchen sie eine Erlaubnis von der UN, um die Grenze zu übertreten. Und sehr oft sagen die UN nein, also sie verweigern die Erlaubnis, weil die US-Politik, sie haben ein Embargo auf Nordkorea, ein komplettes Embargo. Also es ist nicht einmal möglich, da Hilfe zu senden. Ja, und die Frage über die Grenzübertretung. Es gibt eine Human-Assoziation, die von einer koreanisch-amerikanischen Frau gegründet wurde. Sie war auch eine US-Frau und daher hatte sie die Erlaubnis der UN und die Erlaubnis der amerikanischen Regierung. Aber in Südamerika ist es sehr schwer, diese Erlaubnis zu bekommen. Aber ja, es ist wirklich ein internationaler Hotspot, der von vielen ausländischen Kräften dominiert wird und kontrolliert wird. So, die allerletzte Frage. Ich vermute, ihr habt das schon gehört, aber... Ja, das klingt wie Propaganda, wie fühlt ihr euch dazu? Propaganda von Nordkorea, oder was ist die Frage? Ich denke, es zielt auf südkoreanische Propaganda ab. Das sagt es nicht, aber so klingt die Frage. Ja, also das letzte Event vielleicht? Ist das vielleicht gemeint? Das ist alles, was die Frage sagt. Ich vermute, dass es darum geht, ja. Ja, weil das Grenzgebiet von beiden Seiten haben wir tatsächlich große Lautsprecher aufgebaut für Propaganda. Also haben Leute auch Ballons rübergeschickt mit Karten, mit Postkarten und das von beiden Seiten. Aber in letzter Zeit ist der politische Klima etwas besser geworden und wir haben mit der Propaganda weniger. Wir haben weniger Propaganda in den letzten Jahren. Und der letzte Präsident, der hat diese dummen Aktionen wieder gestartet. Aber in Südkorea sind viele Leute, besonders Flüchtlinge von Nordkorea, sie haben diese Verbindung. Und auch die senden noch Nachrichten nach Nordkorea, aber die meisten Südkoreaner finden das nicht gut. Ja, es wirkt so ein bisschen wie ein Spiel. Propaganda zwischen Nordkorea und Südkorea, es ist mehr wie ein Spiel. Und ja, es gibt Sticker, es gibt Raketenstarts und all das. Und natürlich gibt es Propaganda auch von Südkorea. Aber ja, wenn man so will, ist das vielleicht alles eine riesige Kunstinstallation. Okay. Thank you very much. We've run out of time. Ja, vielen, vielen Dank. Uns ist die Zeit ausgegangen. Wenn es noch Fragen gibt, kann man euch natürlich E-Mails schreiben oder auch sonst. Gibt es Kontaktinformationen auf den Folien. Vielen Dank für euren Vortrag. Vielen Dank für das Q&A. Und ich wünsche euch allen ein schönes Event. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, vielen. Ja, vielen Dank.